Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Parkscheibe richtig stellen kann, damit man einfach keinen Strafzettel mehr beim Parken bekommt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Schauen wir uns zuerst einmal die analoge Parkscheibe hier an. Hier oben befindet sich ein Drehrad, wenn ich jetzt einfach mal hier etwas drehe, dann kann ich hier unten auch schon meine Ankunftszeit richtig einstellen und diese kann ich an dem großen Pfeil noch schön ablesen. Die obere Zahl, also meine 11, steht für den Vormittag und die untere Zahl, die 23, steht für den Nachmittag. Laut § 13 der Straßenverkehrsordnung wird immer auf die nächste halbe Stunde aufgerundet, bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel um 11.12 Uhr ankomme, dann muss ich das Ganze auf 11.30 Uhr einstellen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel um 11.31 Uhr auf dem Parkplatz ankomme, dann wird nicht auf 11.30 Uhr abgerundet, sondern auf 12 Uhr, also auf die nächste volle halbe Stunde aufgerundet. Damit man die Scheibe von außen jetzt auch gut lesen kann, sollten wir diese einfach mal richtig rum auf unser Armaturenbrett drauflegen, egal ob hier rechts oder zum Beispiel auch hier links drüben. Das Nachstellen von unserer Zeit hier ist übrigens nicht erlaubt, auch wenn du in der Parklücke zum Beispiel nur etwas vor und wieder zurückfährst. Das zählt leider nicht, wenn du jedoch aus der Parklücke hinausfährst, einmal um den Block außen rum und dann wieder einen erneuten Parkversuch startest, dann ist das Ganze jedoch schon erlaubt. Wenn du übrigens schon öfters vergessen hast, deine Parkscheibe einzustellen, so wie bei mir, dann ist so eine elektronische Parkscheibe auf jeden Fall eine super Alternative, da das Ganze auch amtlich auf jeden Fall zugelassen ist. Diese wird unten rechts jetzt von innen an unsere Scheibe herangeklebt und das Ganze funktioniert so, dass die Uhr automatisch erkennt, wenn das Auto fährt, also in Bewegung ist, dann kann man hier die normale Uhrzeit von außen ablesen. Und sobald das Auto aber parkt, also steht, dann erkennt das die Uhr auch wieder und die Uhrzeit wird automatisch auf die nächste halbe Stunde aufgerundet, so wie es ja sein sollte. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine analoge bzw. auch eine elektronische Parkscheibe mit Ersatzbatterien hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste, weil das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen Tessinen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.